hallo und herzlich willkommen zurück hier bei euren rob auf katalys le gegen einen bruders ein pvz und wir werden mal vielleicht ein kleines makro game spielen wobei gegen den es gut sc gegen bruders makro game ich weiß nicht hier immer diese flieger dann die mit liften wollen warum eigentlich nur hydras mal gucken ich bin im früheren hedge wir spielen 16 aber bei 16 an die hedge theoretisch bei 19 könnten man noch eine hedge nehmen was er dann vielleicht bestraben wird mit adepten also wir machen einfach standort opening mit makro so dann jetzt extractor du gehst mal scouten langsam ich werde hier gescoutet er kommt von hier das ist schon mal ganz komisch das kann man schwer sieht nicht so aus hier drohen weiter hoch hat die unmaschine stellt vielleicht gucken wir hier lang nein hier steht auch nichts okay er macht einfach nur zu das heißt wir können theoretisch die dritte gleich nehmen das werden wir machen du nimmst die dritte du fliegst einfach mal hier hin du fliegst einfach mal dahin und du nimmst mir die dritte und dann drohen wir einfach hoch hoch drohen hoch drohen natürlich können wir vorher noch mal links wieder erforschen und drohen weiter hoch so queens können wir auch nehmen aber erstmal können wir ja noch hoch drohen jetzt nehmen wir mal die queens dazu so erste queen kommt zwei drohen dazu dann nehmen wir gleich die nächste queen und sollten uns vielleicht gegen den links abwehren gegen eine flug eröffnung gegen das orakel denn das habe ich nicht gesehen hat das schon irgendwas adept ein adept habt dort da könnte der flieger kommen mehr overlord zu uns kommen oder kommt die wir schon mal hier sammeln weil es auf jeden fall flieger opening hundertprozentig so da kommt die queen jetzt der spine crawler äh spore crawler und noch ein sicher ist sicher diesmal weil ich noch keine flieger gescoutet habe wäre eigentlich sinnlos ohne adept überreagiert viel zu viel gebaut noch überhaupt geht dazu da kommt der flieger fast bekommen sehr schön dass man den doch schon fast gleich bekommen dafür ist immer frei noch besser was gewesen ich hätte ihn bekommen aber er hat kein damage gemacht ich habe die dritte ich drohne ein bisschen und müsste hier mal injecten aber erstmal einen tumor bauen und bauen nur eine queen so dann nehme ich hier das gas dazu nehme hier nochmal upgrades äh ja noch das passt äh habe ich schon oh dann nehmen wir nochmal upgrades brauche ich dann eigentlich nicht nehmen wir halt noch Hydra denn dazu da kommt ein flieger er will nur scouten okay kann auch machen alles schick geht auf flieger könnten Voidrace kommen Voidrace sind auch okay ich habe Hydras dann ja was macht er denn nur ja dann zwei drohen bekommen ist okay kann er machen passiert nicht viel er will sich die dritte nehmen die müssen wir ein bisschen vorhin haben das ist ein bisschen okay hoffen wir ein paar Hydras Mervis Pingas wäre nicht schlecht hier noch da rein Injects wäre nicht schlecht okay den bekommt er jetzt den hat er noch nicht brauchen weitere Hydras 1 0 ist gleich durch einer zu viel drin Injecten du kannst hier rüber gehen und da Injecten und du kannst hier ein bisschen verbreiten und du kannst mal gucken ob wir einen Observer irgendwo haben okay der ist tot Archon Drop Archon Drop Archon Drop denied das heißt wir bauen mal Spine Crawl und die Equaline und bauen noch mehr Hydras so 1 1 ist durch das Upgrade ist auch gleich fertig wir gucken mal man nimmt den Lotsporn dazu unsere Drohnen werden angegriffen unsere Drohnen werden angegriffen unsere Streitkräfte das heißt ich gehe jetzt nicht tot oder was wo ist meine Queen ja da macht er nicht soviel Damage unsere Streitkräfte Wir brauchen mehr Overlord. Gas muss ich wieder nehmen hier oben. Dann das Upgrade Gebäude für Schleier. So hier noch ein bisschen Creepen. Auf jeden Fall Creepen, hallo Creep. Schleikertumor. Okay, das Gebäude ist weg. Mehr Hydras, er wird jetzt auf jeden Fall aufs Dom gehen. Das ist mir klar. Ich baue ein paar Roaches dazu. Und habe nicht mehr genug Gas. Ich baue noch ein paar Linger dazu. Und Echsen weiter. Einfach nur Echsen, 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 Echsen. Hilft alles nichts. Ich nehme noch ein paar Linger mehr. Injects nicht vergessen. Fuck vergessen abzubrechen. Wir brauchen überall ein paar Spinecrawler. Dass wir ein bisschen abgesichert sind. Warum habe ich hier abgebrochen? Hier wollte ich nicht abbrechen. GG. Bricht der ab, ey. Wir brauchen mehr. So, wir müssen nochmal hochdecken. Ja, auf jeden Fall viel mehr Elko als ich. Ich spiele gerade richtig schlecht, das Gefühl. Ich lasse mich hier einfach einnullen. Gucken wir hier lang. Mit ein paar Lingen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Hier lang. Mit ein paar Lingen. Gucken wir mal. Oh, ne Moves-Profil. Nehmen wir doch gerne. Keine Upgrades weiter. Immortals-Comp. Wir brauchen mehr Wesfinger. So, wir können. Ah ne, die wollte ich nicht. Ich will... Die will ich doch haben. Wir brauchen mehr Wesfinger. Die bringen wir wieder ab. Die brauche ich nicht. Da ist alles soweit schick. Wir gucken hier lang. Komm mit immer mehr. Hat die Base bekommen. Mutation abgeschlossen. Baut er die Base wieder auf? Nein, warum auch? Der Kauz hält nicht wieder auf. Alles schick. Wir alle hier hin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Los rein. Und jetzt bin ich groß. Die Kauz hält nicht. Die Kauz hält nicht herum. Die Kauz hält nicht. Die Kauz hält nicht. Unsere Streitkräfte werden dir geschwacht. So, ein bisschen was hat er auch verloren. Hier sollten wir Gas minen, hier Gas minen, das ist nicht so ein geiles Spiel. Aber ich könnte es theoretisch makrotechnisch vielleicht gewinnen. Ich weiß es nicht. Wenn ich mal mehr nachbauen würde, vielleicht noch eine Makro-Hedge hätte und vielleicht noch mal injecten würde und mal Queens nachbauen würde. Und mein Handy mal nicht klingeln würde. Zu viele würde es und wenn. Der Rob ist einfach halt nur schlecht. Ich bin schon hochgetackt auf Tier 3. Nö, warum? Brauche ich nicht. Oder mal Upgrades würde ich auch nehmen. Ach Quatsch. Ich habe auch schon Upgrades. Ich habe auch ganz gut. Und du siehst? Gut. Hier hat er noch keine Base. Dieses Handy muss ich ausstellen. Da ist er auf Flieger geswitcht. Ich brauche Schwarmwirte. Hätte ich dafür hochdecken sollen. Habe ich nicht gemacht. Ich werde das Spiel wohl noch jetzt abgeben. Ok, da kommen diese schwulen Perversen wieder. So, Schwarmwirte können da langsam kommen. Ich brauche noch ein paar mehr Hydras. Er lässt mich hier alles wegknubbeln. Auch ok. Hier hat er auch keine. Ich muss seine Eko wegrollen. Ah, hat er zu viel. Schildbatterie, Schildbatterie, Schildbatterie. Jawoll, ja. Ich habe Schildbatterie. Mehr brauche ich nicht. Ich habe ihn. Soll ich machen. Wir brauchen... Wir sind im Fistinglasier erschöpft. Der Schwammklasse wird angegriffen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich habe auch kein Overseer, das ist richtig mies. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Schnell wie möglich noch Hydras nachbauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, das ist okay, das kannst du ja da machen. Unsere Streitkräfte werden an Mineralienfeld erschöpft. Jaa, dieses Storms, das stormige Tod. Und da sind wir auch schon Endgott, der nicht mehr zornige Robb, hofft es hat euch trotzdem gefallen und würde sich freuen wir euch auch morgen wieder bei uns einschalten, dann könnt ihr wie immer gerne unten links kosten und abonnieren, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn der Abofeed ist leider etwas verpackt, wie immer dann oben rechts ein von anderen Projekten, dann schaut euch noch morgen wieder ein und tschüss eure Bärenbande.